diesen hyundai sollten sie sich unbedingt anschauen er hat einen benzinmotor und eine automatik in diesem hyundai sind sie von luxus umgeben er ist mit einem panoramadach einem touchscreen und einer klimaautomatik ausgestattet das auto ist mit berganfahrhilfe einer rückfahrkraft kamera und xenon scheinwerfern ausgerüstet wenn sie möchten können sie eine probefahrt mit diesem hyundai machen rufen sie uns an um einen termin zu vereinbaren